Hey Leute, willkommen zurück zu Pokemon Go, wie ihr mir sehen könnt. Ich war die Woche wieder viel draußen, beim Arbeiten sozusagen am Weg hin und her von Gebäude zu Gebäude, ein bisschen am Nachhauseweg und so weiter gebrütet, gegen Team Rocket gekämpft, das Halloween-Event abgeschlossen, fertig, danke, ich bin fertig, 2018 abgeschlossen und 2019 Halloween-Event abgeschlossen. Ich habe zwei Shinies bekommen, zwei Shinies in dieser Folge, ich hatte vorher noch keines, ich habe eins bekommen, geschenkt von meiner Freundin Black Soul Diana, die hat mir einen Shiny Carpador geschenkt, aber ich habe noch nie selbst eins bekommen und in dieser Folge seht ihr zwei, also gut, aufpassen. Was ist dein Lieblings-Shiny, welches Shiny, was du gefangen hast, ist dein Lieblings-Shiny? Hau es mir in die Kommentare, wie ihr seht, wir gehen schon mal in einem Egg-Opening, lassen wir mal durchlaufen, einfach geil. Ich freue mich A, über Mampf-Axo, B, freue ich mich, dass ich ihn noch nicht hatte, wie gesagt, ich habe lange nicht gespielt, aber jeder da draußen, der die letzte Folge nicht gesehen hat, by the way, ich spiele das Spiel seit 7.7.2016, habe ich in der letzten Folge gezeigt, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, werde ich auf der Endcard verlinken, also nach dem Video, kannst du einfach draufdrücken zu dem anderen Video und weiter Spaß haben, ne? Und ja, ich habe aber lange nicht gespielt inzwischen, deswegen hatte ich auch kein Mampf-Axo, ich freue mich aber sehr, oh, wie es grinst, ich freue mich sehr darüber, dass ich es habe und die Bonbons, hier wollte ich einfach mal ein Video mal haben, Pikachu mit Mimikma-Kostüm, was wir rechts im Bild die ganze Zeit sehen, habe ich, glaube ich, jetzt schon 30 gefangen oder so, aber ich wollte es einfach mal ein Video haben, ne? Wenn ich schon Videos mache, dann alles, vollständig, ne? Ganz easy, hier auch, also das Halloween-Pikachu gefangen, mehrfach, leider kein Shiny gefunden, soll es ja angeblich geben, wenn ich mich da recht erinnere, korrigiert mich gerne in die Kommentaren, und ja, ich habe sehr viel gebrütet, ich habe echt viel gebrütet, Wablu fand ich schon ziemlich geil, ne? Ich sage mir noch immer, die 400 Bonbons dauert, ich habe mir noch ewig, wie ihr seht, das dauert noch, und Leute, Leute, haltet euch fest, haltet euch fest. Fucking Shiny Bisa Samen, Leute, Shiny, ey, ich habe die Tür nicht zugekriegt, ihr müsst euch vorstellen, das ist das erste Pokémon, was bei mir als Shiny Pokémon aus einem Ei schlüpft, das allererste, und was ist es? Mein Lieblings-Pokémon, Bisa Samen ist mein Lieblings-Pokémon, und genau das habe ich als Shiny aus einem Ei gezogen, da kriegst du die Tür nicht zu, ich freue mich schon darauf, es zu entwickeln, es ist mir scheißegal, wie stark es ist, es wird entwickelt zu Shiny Bisa Flor, Leute, und hier, seht ihr euch schon als nächstes Bisa Samen, ey, ich hatte, diese Folge kann ich auch Bisa Samen-Folge nennen, hier mal kurz, by the way, was ich mal kurz ansprechen wollte, ah, ja, das ist der Raid für das Bisa Samen, mit dem Bärenmützchen, dann gibt es noch ein Raid für Shiki, und einen Raid für Glumanda, zwei davon habe ich schon gemacht, das tritt ich leider noch nicht gefunden, in meiner Umgebung, und was ich sagen wollte gerade, gibt es da einen Trick, oder ist das so nervig? Ich kann mich da nicht mehr so erinnern, Raid-Kampf, seht ihr, ne? Muss man 120 Sekunden, also zwei Minuten warten, es war nicht mal irgendjemand in der Nähe, worauf soll ich zwei Minuten warten? Kann man das irgendwie überspringen? Das ist so nervig, wenn ich einfach nur schnell einen Raid-Kampf machen will, mit einem Ein-Sterne, also einem, ja, Ein-Sterne-Kampf, Ein-Sterne-Raid-Kampf, was man locker alleine schafft, auch zwei Sterne, weiß ich, und dann, hä, warum muss ich zwei Minuten warten? Das nervt so hart, Leute. Aber ich habe es noch nicht rausgeschnitten für euch, hier, der Kampf gegen Bisa Samen, richtig mutig, guckt euch dieses Mützchen an, hä, da kriege ich die Tür nicht zu, ne? Und ich kann euch was sagen, ich habe diese Folge noch ein Bisa Samen gefangen, was ich noch nicht hatte. Kamera, also der On-Point, das heißt, ich habe diese Folge, Leute, drei neue Bisa Sams für mich gefangen. Was ist denn mit der Kamera? On-Point, On-Point, auf jeden Fall, wie ihr seht, der Raid-Kampf natürlich easy gewonnen, gegen das Bisa Samen ist klar, und jetzt habe ich die Chance, mein Mützchen-Halloween-Kostüm Bisa Samen zu fangen. Äh, ich freue mich so. Wie gesagt, mein Lieblings-Pokémon. Und dann bekomme ich es als Shiny und eins mit Mützchen und noch ein drittes im Video. Das, das, das war die krasseste Pokémon-Go-Woche ever für mich, als Bisa Samen-Fan, wie gesagt, ne? Richtig geil, auch das Mützchen-Pokémon. Kann man leider nicht entwickeln. Es bleibt auf Stufe 1, aber es bleibt mein geliebtes Mützchen-Pokémon. Hier auch, ich habe auch sehr viele Rocket-Kämpfe gemacht. Hier würde ich euch zeigen, ein Gelast finde ich richtig geil. Ich mag die letzte Entwicklung sehr, 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 sehr gerne. Leider musste ich es mit meinem Dragoran hart verprügeln. Tat mir ein bisschen leid, aber dann durfte ich es auch fangen. Leider sind diese Rocket-Pokémon von den WP her immer so schwach. Aber ich will es unbedingt entwickeln. Das sieht doch hundertmal geiler aus, so ein Pokémon zu entwickeln, als ein normales Standard-Pokémon. Diese Rocket-Pokémon, diese Bösen, die man erlösen kann, finde ich viel besser. Ich werde die niemals erlösen. No, no, no. Die sehen einfach so geil. Man guckt euch diese böse Gelast an. Da kriege ich die Tür nicht zu. Ich als Black Rabbit freue mich dann von den Arsch weg. Nächster Rocket-Kampf direkt. Ich habe alles ein bisschen geschnitten für euch, dass es nicht so ein langes Video wird. Und da ist das dritte, das dritte Bisasam. Ein Shiny Bisasam. In dieser Folge. Ein Mützchen Bisasam. Halloween. In dieser Folge. Und ein böses Rocket-Bisasam. In dieser Folge. In dieser Woche habe ich drei geile Bisasams gefangen. Was soll ich dazu sagen, Leute? Was soll ich dazu sagen? Das war meine Woche. Das war meine Woche. Wie kann man nur so krass reinlacken? Dieses Bisasam wird auf jeden Fall auch entwickelt. Feiere ich. Aber zuerst mein Shiny Bisasam. Aber ich liebe das. Wie gesagt, es ist mir scheißegal, wie stark es ist. Und hier auch das zweite Halloween-Pokémon, was neu ist. Mit dieser Maske. Wollte ich auch einfach nur zur Vollständigkeit halber im Video haben. Aber ja, unbedingt. Wie gesagt, mein Shiny-Pokémon natürlich zuerst. Egal, wie schwach es ist. Und auch das böse Pokémon. Das Krypto-Pokémon heißt das, glaube ich. Werde ich auch entwickeln. Scheiß drauf. YOLO. Zuerst mal das Schein natürlich. Hier auch die Maske gefangen. Kann man weiterentwickeln. Zum Sarkophagmon. Ich habe gar nicht mehr, was das heißt. Kann ich auch schon machen. Werde ich auch noch machen. Werde ich aber aufnehmen. Hier dachte ich, okay, ich muss jetzt gegen dieses kleine Tuska kämpfen. Und dann habe ich ein cooles Noctuska, wenn ich es entwickle. Aber es wurde ein Dooflor. Der Gegner hatte zuerst einen Noctuska und dann einen Dooflor. Und es gibt eine kleine Chance, dass man nicht nur das erste Pokémon, was der Gegner benutzt, fangen kann, sondern auch das zweite. Ich glaube 10% oder so. Und das ist schon geil. Das Dooflor, da freue ich mich mega. Daraus kann ich ein ziemlich böses Blubella machen. Giflor denke ich nicht, dass es so richtig cool aussieht, aber ein Blubella in dieser bösen Variante bin ich Fan. Und dann natürlich auch der Shigi Raid. Auch hier wieder bin ich zwei Minuten blöd rumgestanden. Dann hat mein Giflor Solarstrahl eingesetzt und GG kleines Shigi. Ey, das ist auch so cool. Wie gesagt, Glomanda habe ich leider noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange das Halloween Event noch geht. Ich hoffe, ich habe noch die Chance, irgendwie das Glomanda zu bekommen. Es war nie in meiner Nähe. Shigi sehr oft. Bisasam erst zweimal, glaube ich. Und Glomanda gar nicht. Ich habe noch kein Glomanda einen Sterne Raid gesehen. Aber ich hoffe, ich kriege das noch. Sonst muss ich irgendwie, vielleicht hat Diana eins zum Tauschen oder so, wenn ich in Deutschland bin. Mal gucken. Ich brauche das Glomanda. Wenn, dann alle drei. Und hier habe ich mir das Shigi Halloween Raid Pokémon gegönnt. Da freue ich mich. Es gibt ja viel Pokémon mit Kostümen. Bisasam, Shigi, Glomanda und das Pikachu rechts im Bild. Da freue ich mich. Auch mit dieser coolen Totenmaske von dem einen Pokémon. Nächster Rocketkampf. Ihr seht, das ist das Video. Das ist kurz für euch geschnitten. Da kämpfe ich gegen einen Voltilam. Habe ich mich auch den Arsch weg gefreut. Voltilam ist ein richtig geiles Pokémon. Und dann hat es 40 WP. Dachte ich mir, jo, da haust du mal eine Sanana-Bäre drauf. Verhaust den ersten Ball. Triffst vielleicht den zweiten Ball. Immer nach dem Angriff zack, werfen. Großartig getroffen. Easy peasy. mit Curveball. Das habe ich noch immer. Ohne Bits, Leute. Ich habe früher so viel Pokémon Go gespielt, dass ich jetzt noch, ich muss nicht aufs Handy gucken oder irgendwas. Ich kann mein Handy irgendwo hinhalten und treffe einfach immer das Pokémon. Der Curveball, dieses Muskelgedächtnis, funktioniert einfach. Ein 10er-Hei. Bam. Mit Vonera. Da gibt es auch zwei Gründe, so wie bei Mampf-Axor, warum ich mich freue. A. Ich hatte es noch nicht. Und B. Gibt es wieder Bonbons für meine Charnera beziehungsweise Hytera-Armee. Hytera ist ja einer der krassesten Verteidiger in den Arenen. Ich freue mich sehr über die Bonbons. Ich habe noch ein Eichen und es ist ein Knospi. Jeder denkt sich wahrscheinlich, was will der Rabbit mit dem Knospi? Für mich, wie ihr seht, ist das neu. Deswegen habe ich mich gefreut und deswegen auch im Video. Das kleine, süße Knospi mit sehr viel Bonbons auch dazu. Nächster Rocket Kampf. Was haben wir hier für einen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Golbat, genau. Die Dame hatte Golbat und zweimal X-Bet. Ich hatte schon kurz die Hoffnung auf X-Bet. Es wurde dann aber natürlich, Leute, was wurde es? Ihr seht ja gleich Golbat. Aber Leute, ich freue mich sehr über ein böses Golbat. Denn das passt so gut. Guckt euch diesen Vampir an, bitte. Da passt dieses böse, die böse Krypto-Pokémon-Rocket-Aura perfekt drauf. Das werde ich auf jeden Fall zu einem X-Bet entwickeln. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich liebe diese bösen Pokémon einfach. Ich habe auch in meiner Kani die letzte Folge entwickelt, auch wenn es nicht stark war. Es sieht einfach gut aus. Muss ich nicht stark sein. Und hier, Leute! Haltet euch fest! What the fuck? Pause drücken! Mein, das hier, Leute. Dieses Kanimani. Dieses Shiny Kanimani ist mein allererstes Shiny Pokémon. Was ich gefangen habe. Mein allererstes gefangenes Shiny Pokémon Kanimani. Mein allererstes Shiny Pokémon aus einem Ei Bisasam. Was war das für eine Woche? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 70 Stunden gespielt diese Woche oder so. Ich habe immer nur, wie gesagt, zwischendurch auf den Wegen von Arbeit nach Hause und so weiter gespielt. Und da kommt ein Shiny Kanimani. Das war sogar beim Pizza holen, beim Dönerladen. Genau! Ein Shiny Kanimani beim Pizza holen, beim Dönerladen. Falls ihr ein Shiny Kanimani sucht, geht mal zum Dönerladen vielleicht. Ich habe mich so angekackt, dass es wegläuft. Ich habe mich so angekackt, dass es wegläuft. Ich dachte mir so, bitte, bitte nicht. Die Beere hat mich auch nicht funktioniert, da hatte ich schon so Angst. Ich dachte mir, bitte, Himi-Beere, bring mir dieses Kanimani, mach jetzt keinen Scheiß. Vor allem, ich habe fast meine Pizza vergessen. Ich habe fast meine Pizza vergessen. Shiny Kanimani, Leute und gefangen. Das wird aber sowas von in Zukunft zu einem richtig geilen Shiny Impergator entwickelt. Da habe ich die Tür echt nicht mehr zubekommen. So geil. Zwei Shiny Pokémon in dieser Folge, drei neue Pizza Sams, richtig geile Eier. Was ist das für eine Folge? Hier ein Tarnhell, habe mich auch mehr gefreut. Ich bin ein riesen Metagross-Fan, habe noch keins, wie ihr seht. Und jetzt habe ich einfach mal, was war das? Moment mal kurz, Moment mal kurz. Guckt nochmal hin. Plus 62 Tarnhell Bonbons. Mein Metagross ist mir gesichert durch dieses eine Ei. 62 Leute. So geil. Freue ich mich sehr. Ich brauche unbedingt Metagross. Natürlich hätte ich es lieber gerne in Shiny, weil dieses Silber Gold ist auch ziemlich geil. Hier kämpfe gegen Magma, wollte ich auch unbedingt zeigen. Jedes neue Krypto-Pokémon finde ich zeigenswert, sehenswert. Und wie gesagt, ich schneide es ja eh, wie ihr seht, alles eng zusammen. Dafür kommt, Pokémon Go kommt wahrscheinlich höchstens eine Folge pro Woche. Mal gucken, aus als irgendwas cooles. Lasst mich auf jeden Fall wissen, ob ihr mehr sehen wollt mit Däumchen nach oben. Diese Folge hat auf jeden Fall einen Daumen verdient. Shinies, Halloween-Pokémon, Halloween-Event abgeschlossen, wie ihr dann gleich sehen werdet. Das ist ein krasses Video. Das sind mehrere Tage in einem Video. Das Magma hat sich ein bisschen gewährt, muss ich sagen. Zack, aber großartig getroffen, wieder ohne hingucken. Einfach, diese Bälle treffen sowieso immer. Das Muskelgedächtnis ist einfach geil. Wer übrigens nicht weiß, wie so ein Curveball richtig funktioniert, ihr malt einfach nur eine Sex, eine verkehrte, eine verkehrte Sex. Müsst euch vorstellen. Ihr fangt einfach, ja, ich sag's mal kurz. So an und werft so einen Bogen hoch. Eine verkehrte Sex. Hier, ein Sneebell, richtig geil. Warum? Warum freue ich mich über ein blödes Sneebell aus einem Ei? Weil Sneebuna, die Weiterentwicklung, was sich entwickeln kann, wie ihr seht, ich hab den Sinostein. Sneebuna ist krass. Sneebuna ist nicht nur im Gameboy-Spiel und noch ein Mampfer, Maxo. Noch ein Mampfer. Noch eins. 23 Bonbons. Easy peasy. Relaxo kann weiter gelevelt werden. Richtig geil. Noch ein Zehnei. Was geht hier ab, Leute? Was geht hier ab? Und da wollte ich euch jetzt was fragen. Kling-Plim. Ernsthaft. Kling-Plim. In einem Zehn-Kilometer-Ei. Kann mir irgendjemand da draußen sagen, warum ist das die erste Weidenwicklung vergessen? Kling-Plim? Kling-Plim? Ich hab keine Ahnung, die Weidenwicklung, die sind so blöde Namen. Ist das Pokémon krass stark oder was? Oder was macht das einem Zehn-Kilometer-Ei? Und hier, eine gruselige Nachricht 2019. Ich hab ja, ich kann euch ein bisschen erzählen nehmen, weil wir das Krypt-Book gefangen. Ich hab ja, wie gesagt, dieses Jahr Pokémon Halloween 2018 abgeschlossen, hatte ich damals nicht gemacht, und 2019 abgeschlossen. Und bei beiden gab es nun ein Krypt-Book zu fangen. Deshalb ist dieses Krypt-Book für mich hier nicht neu. Ich hab es sozusagen einen Tag vorher schon gefangen, beim 2018-Event. Warum haben die jetzt beide Jahre das gleiche Pokémon reingegeben? Für alle, die so wie ich es letztes Jahr nicht gespielt haben vielleicht, habt ihr da eine Idee, warum zweimal Krypt-Book, man ist ein cooles Pokémon, mag ich es, ja, Geister-Pokémon bin ich ein Riesen-Fan, aber zweimal das gleiche muss das sein? Schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare, falls ihr das Video hier immer guckt. Und wie gesagt, wenn ihr das letzte Video nicht gesehen habt, gerne auf der Endkarte draufdrücken. Hier seht ihr eine gruselige Nachricht, 3 von 3, also die letzte Stufe, kann ich alles abschließen, weil ich hab den Krypt-Book schon, Krypt-Book-Bonbons, ne, nehmt man gerne und das war's dann, ne, das war's, ne, hier sehen wir noch die letzten Abschiede hier, ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt, aber ich habe Gänsehaut, nein, es liegt an Halloween, ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam alles lösen können. Black Rabbit, auch wenn die Dinge unheimlich werden, ich melde mich bald und genau das war der letzte Satz von ihm, ich melde mich bald, seitdem hat mich Professor Eich, nein, der heißt hier nicht Eich, der heißt Eich, der hat mich nie wieder angerufen, vielleicht hat er Alzheimer, wer weiß, Leute und hier nun das letzte Ei, jetzt gleich für den heutigen Tag, das hat mich auch überrascht und gefreut, es ist ein Lichtell aus einem fucking 10 Kilometer Ei mit 42 Bonbons, aber warum ein Lichtell in einem 10er Ei, wie stark ist bitte der Kronleuchter nach, ich meine, ich habe den gespielt im Pokémon Spiel, aber wird der so krass stark oder warum ist jetzt Lichtell zum Beispiel im 10er Ei und Kling Blim, gerne mal eure Meinungen, Theorien in die Kommentare, wenn euch diese Woche sozusagen in einer Folge zusammengeschnitten gefallen hat, meine zwei Shinies, meine drei Bisse Sam's und so weiter, dann schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und unbedingt Däumchen nach oben, danke dafür, abonnieren nicht vergessen, ich werde das jetzt öfter machen, denn ich habe wieder sehr viel Spaß an dem Spiel und warum soll ich dann nicht einfach mal zwischendurch ein Video raushauen, ne, Halloween Event ist wie gesagt leider jetzt für mich abgeschlossen erstmal, ich weiß nicht, kommt da noch was, keine Ahnung, bist ja nichts gelesen und ja, jetzt viel Spaß mit den Videos auf der Endcard einfach draufdrücken und ja, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal!